Können wir drei herstellen? Hammer! Einen Tisch Hammer! Zwei Hocker Hammer! Nice! Inventor Die möchte ich später auch mal zur Seite legen Nicht, dass ich die weg aufräume So, Kochmeistergeschenk Abzeichen Börse Kann im Museum platziert werden Ja, da wärs ja Wir brauchen eine Museumskiste Was hab ich? 88 Holz Ja Kladara Dutch War das Unbekanntes Rezept Ich schätze mal Das ist auch Kladara Dutch So Ein großartig Tolles Mann Wird ihn bestimmt weghauen So, die weiß ich nicht mehr Wo wir sie hingetan haben Baumatz Äh Galoppierendes Pferd Kommt sicherlich auch noch An den Kladara Dutch Dann packen wir ihn hier rein Dass wir das so bissl trennen Ich seh ja gerade gar nicht mehr durch Herze Steine Wo haben wir die alten? Die haben wir da Die haben wir auch da Das ist schön Das da, das da Das kommt auch da rein Das kommt da rein Die Eisenbarren nicht Schleim Von Käfern Nö Das auch nicht Die hab ich geholt, weil 30 Stück Ja, die braucht man für irgendwas Mist Fisch ist leer Da Da könnte man jetzt das reinlegen Wir könnten aber auch den Kladara Dutch aufteilen Ne Das Kochrezept Nummer 4 weiß ich nicht wie es ist Das wir Mal lass die mal hier noch drinnen liegen Herze Steine das ist richtig Dann packen wir das Eisen mit hier rein So und das sind Baumatz Die Schleim Keine Ahnung Baumatz Die werden ja sicherlich nicht zum kochen sein Das wird kochen sein Das wird man sicherlich auch dort vorne mit reinhauen Das Das ist fertiges Essen Das wird mal hier extra Ui nein Hier hat dieser Eisen Und Ich hab keinen Bock Da zu ordnen Halt Nein Um mir eine Eintrachtordnung reinfallen zu lassen Wir brauchen mehr Kisten Ne Es ist ja nur am Anfang bis wir die große Lager haben Dann haben wir da alles rein Gnadenlos Alles wird da rein geschmeistern Das 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 Sopfort Das Pflanzkästen Hammar sollen wir zur Bäuerin bringen. Jetzt? Wir gucken mal oben rein. Ich sehe gerade da unten. Da ist ja noch hoffentlich so. Und zwar Sand und das. So, jetzt ist einigermaßen aufgeräumt. Ich dachte aber weiter geht's. Ich weiß nicht ob wann das hier anfängt. Äh ja. Ah, die stehen schon. So, kleiner Tipp. Du kannst hier außen gucken. Da siehst du schon mal oben über dem E wo es jetzt ist. Scheiße, ich kann nirgendwo drauf drücken. Du siehst genau an der Oberkante eine Beule. Äh, einen Strich drin. So einen schwarzen. Das ist ein Fehler. Wenn du hier quer über den Tisch guckst die Richtung, da siehst du oben eine Delle drinne von dem Ding hier. Von dem Topf. Wenn wir jetzt hier vorne reingucken sehen wir nichts. Von rechts und von links sehen wir auch nichts. Wir gehen rein. Drücken E. Ja, 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 ja. Du weißt, das ist die Two-Tips-Rotate. Ja, 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 ja. Zeig mal hier. Dann siehst du hier. Wo ist es? Eins von zwei. Haben wir hier gefunden? Nein. Rechtsklick. Jawohl. Und hier oben haben wir den zweiten Fehler. Ja. Und hier sehe ich gerade sonst noch nichts. Wir haben hier oben wieder zwei Fehler. Fünf Versuche haben wir insgesamt, wie es aussieht. Hier ist der erste. Also rechte Maßleiste gedrückt halten, dann kannst du auch hier schieben, ziehen. Hier ist nichts. Das sieht aus wie ein Fehler. Hier ist der zweite. Erledigt. Dafür, ah, acht Punkte haben wir dafür gekriegt. Und hier sehen wir von vorne auch, an dem Zahnrad. Zwei Fehler wieder. Hier ist der erste. und Moment, soll ich hier noch können? Und hier, ja, das ist total ausgewirbt. Da ist der zweite. Sehr schön zu sehen. Da gab es wieder acht Punkte. Ha, ab! Gib mal den Weg frei. Da ist eine Delle drinnen. Die sieht man schon. Und dort ist dieselbe Delle. Und oben. Hm, sehe ich nichts. Zwei. Das ist die Delle. Und hier guckt es raus. Da. Äh, ach, das war die ganze Seite. Das habe ich gar nicht gesehen. Ha, siehst du mal? So, tach, Polly. Workshop Ranking. Jawohl, wir sind schon auf Platz drei und damit würden wir Belohnung das da bekommen. Das würde mir viel besser gefallen, aber das würden wir nicht so schnell schaffen. So, dann gucken wir mal hier an den Geschränkeautomaten. Wir sind bei 104 Prozent. Nein, da kaufen wir noch nicht. So, mit einer Ziviltruppe trainieren sollen wir. Das machen wir, wenn wir die Klamotten haben. Hä, ha, Arlo, nein, du verbrügelst mich nur. Und, willst du mal sehen, wie das geht? Komm, wir lassen uns mal von Arlo verbrügeln. Trainieren. Ähm, noch tue ich ganz cool, ne? Guck. Oh, hoi, hoi, hoi. Der trifft mich gar. Und. Lose. Was? Hat mich auch nur zwei Golds gekostet? Ich werde arm. Nein, auf gar keinen Fall. Ähm. Hä? Hier drin? Wer ist denn hier drin? Ähm. Danke. Hier, Pitsche. Huch. Ich wollte. Na gut. Fertig. Das haben wir. Die Strom genauer, wo sollen wir bauen? Na, aber hätten wir nicht auch noch den hier hinten? Ein Knillig? Wieso sehe ich den nicht dort vorne angezeigt? Naja, schafft er wahrscheinlich nicht. Ausgezeichnet. Jawohl. Pitsche, dankeschön. Lieblingsbuch gestohlen. Nein. Hau mir doch das Ding nicht vor die Fese. Hast ja keine Angst, ich spiele ja nicht mit dir. Fünf, wie Wind. Auswechselbare Bon... Das haben wir. Aber wir werden definitiv... ...beholzacken müssen. Macht man die in der Stadt? Nee, draußen. Wir brauchen viel mehr Holz. Papp, 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 papp. Das kann man ganz schnell unterschätzen, wie viel von dem Zeug man wirklich braucht. So, werden die Haufen hier immer größer? Ich dachte, die war nur so die Hälfte. Ach ja. Wissen, Baumstümpfe könnte ich auch noch treten? Ja, mach ich bei mir zu Hause auch immer gern gegen die Baumstümpfe treten. Jawohl. Dort ist mein siebtes Hobby. Na? Ja, uff. Das bringt nichts. Was gibt's denn hier eigentlich schönes drinne? Das ist mir auch mal ein bisschen Holz, oder? Aber auf den Pflanzenfasern. Gut, aber davon können wir auch nicht die noch haben. Irgendwann habe ich sie mal verfüttert später bei mir. Das weiß ich noch, aber ansonsten... Irgendwann haben sie auch mal gefehlt. Ich weiß gar nicht, ob ich da mit Medizin 30 gebetet habe, oder sowas. Für irgendwas braucht diese. Hier, Astor noch. Genau. Nebenmit... So, wie sieht's aus im Inventar? 233. Reicht nicht lange. Hopp. Und dann kümmern wir uns mal um den Stromgenerator. Was ist das? Immer noch nicht. Ich kann's doch noch ein paar mal probieren. Irgendwann klappt's. Bitte, sieh dir morgen die Post ein. Ja, 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 ja. C. C, Charakter. Jawoll. Wo waren wir? 8% Chance auf Doppel der Beute beim Holzfäden. Das klingt äußerst vernünftig. Ja, damit. Das sind wir noch nicht. Ja, dann kriegen wir hier vielleicht mehr. Es wird doch schon wieder dunkel. Ihr habt doch noch gar nichts gemacht. Boah. Haben wir eigentlich noch irgendwas unterwegs? Ein... Ein... Was ist schon hier? Erforschung? Müssen wir auch dringend wieder hin zur Petra? Darf ich bestimmt nicht. Nein, gar nicht. Diese Apfelbaum. Es ist aber auch lästig, jeden Tag hier, das Zürichs fertig zu kriegen. Äh, so, so. Hm. Stell dir mal vor, du bräuchtest dich selber aus, aber noch zum Sprinten. Haha. So, hier mal her. Na ja, das will ich nicht am da. Ich mache jetzt 400. Mach mal wieder ein paar Hotholz. Bei der Bäuerin waren wir, Würmer haben wir auch, zum Angeln, Baumhurt, Gemmi-Bäum-Fruchten, Schleifmaschinen, Schleifmaschinen, Textilmaschinen, Textilmaschinen, Hölzer am Brückenkopf haben wir geballt, das haben wir auch, TÜV TÜV kommt noch, Grill brauchen wir nicht, Wassertank ist eine Quest, einfacher Ofen haben wir geballt, Auswechselbarobetrie, Federn, in den verlassenen Ruinen 2, also müssen wir dann doch dort rein, damit wir die Federn kriegen, den bauen können wir sie nicht, Das ist blöd, Bronzerbarn, Energiesteine, Hammer, Hammer auch, brauchen wir hier sonst noch was, Mixer, lohnt sich das jetzt, 17 Uhr, ja, Beim Hacken kriegen wir sie definitiv nicht, Die Zins weiß ich jetzt nicht, ob wir sie noch haben, Na, Kalender, Oh, haben wir noch, sollten wir es wirklich nutzen, Ne, oben, bitteschön, in die zweite, Jetzt stehnte da Gefahr von Ruinen 2, oder? Hm, wir hüpfen hier einfach mal rein, verlassen Ruinen 2 Ich schätze mal nur mit F Hop, F raus, die 3, und los geht's Woop, 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 woop Tja wup, woop, die wup F Meeble-Noise Meeble-Weit Dann Tschüss.